Deutsche Filme haben es in Deutschland nicht leicht. Waren sie mal erfolgreich in der Vergangenheit, dann zumeist als überspitzte Komödien oder Parodien, wie zum Beispiel Fuck You Goethe oder auch Der Schuh des Money Toos, der zuletzt für Gesprächsstoff sorgte. Seinerzeit, 1996, 1997, sorgte eine Komödie von Helmut Dietl namens Rossini für jede Menge Gesprächsstoff und lockte mehr als 3,2 Millionen Deutsche in die Kinos. Worum geht es eigentlich in dem Film Rossini aus dem Jahre 1996? Da haben wir eben ein italienisches Restaurant, wo sich so alle Handlungsstränge zusammen laufen. Wir haben die verschiedensten Charaktere, unter anderem einen Filmproduzent namens Oskar gespielt von Heiner Lauterbach, dann Uhu Zigeuner gespielt von Götz Georgi, dann haben wir noch Veronika Ferris in einer Nebenrolle, dann noch Jan-Josef Liefers, Gudrun Landgräbe, Edgar Selge, also das Who is Who der damaligen Zeit der deutschen Schauspielkunst, hat sich hier für diese gesellschaftskritische Satire vereint. Der Untertitel oder Zusatztitel oder die mörderische Frage, wer mit wem schläft, wird im Film eigentlich gar nicht groß aufgelöst, denn im Prinzip treibt es jeder mit jedem. Hier in diesem Film zur Handlung kann man sagen, dass hier eben unser Filmproduzent versucht, an die Filmrechte eines Bestsellers zu kommen, der über 300 Millionen Leser aktuell hat. Das verspricht natürlich einen regelrechten Blockbuster, den braucht er auch, weil er Schulden bei der Bank hat und die möchten ihr Geld natürlich wiederhaben. Und er bemüht sich, zusammen mit Regisseurfreund Uhu Zigeuner, gespielt von Götz Georgi, an diese Rechte zu kommen, denn der Autor ist ein sehr sensibler Mensch, der überhaupt keine Leute mag und diesen Oscar schon mal zweimal nicht, aber er ist eben befreundet mit Uhu Zigeuner und so kommt das Ganze dann zustatten. Währenddessen feiert eine hier wieder zum wiederholten Mal ihren 40-jährigen Geburtstag und treibt es da auch mit dem besten Freund von dem Oscar, gespielt von Jan-Josef Liefer, liefers ganz wild. Also es ist ein regelrechtes, buntes Treiben und wie es eben so in dieser High Society zugeht, überspitzt dargestellt natürlich selbst. Helmut Dietl stand hier, Pate eben als Regisseur für die Figur des Uhu Zigeuner, gespielt von Götz Georgi. Bernd Eichinger stand Pate eben für die Figur des Oscars, der hier gespielt wird, von Heiner Lauterbach übrigens großartig gespielt wird und alles wurde hier überspitzt dargestellt. Auch die Problemchen, mit denen sich die Leute da rumschlagen müssen, wie die eine, die eigentlich seit Wochen nicht mehr scheißen kann und auch eigentlich nur noch aufs Klo gehen möchte. Ordentlich, aber kein Wunder, so viel wie die gestopft wird, dass da nichts mehr rauskommt, kann man auf gut Deutsch sagen. Also es ist eine richtig dialoglastige Komödie, aber lebt von ihren tollen Schauspielern, die super aufgelegt sind, denen die Rollen auf den Live geschrieben sind und sie lebt auch von dem Tempowechsel. Es gibt ruhige Momente, dann wieder wilde Momente und es wird getrunken, es wird geraucht, es wird geprügelt, es wird gefögelt. Alles ist da zu sehen, es ist ein schamloses Treiben, auch die Sprache ist sehr vulgär, muss man sagen, aber dann auch wieder mit Scham besetzt. Mario Adolf hier, seine Figur, besitzt auch sehr viel Tiefe und Charakter. Er ist so der Fädenzieher, da wo alles eben zusammen läuft und auch er verliebt sich dann, nachdem er anfangs gesagt hat, was Liebe, was ist Liebe? Ich könnte niemals eine Frau lieben, ich könnte einen Hund lieben oder meine Mutter oder Schwester oder eine bestimmte Musik, aber Frauen doch nicht, Frauen sind doch nichts wert und so. Und so treibt es manche Aussage hier total auf die Spitze auch, dass er als Macaroni oder sonstiges beschimpft wird oder eben der Regisseur Uchu Zigeuner mit Nachnamen hat. Das ist alles etwas, was du heute eigentlich schon gar nicht mehr machen oder bringen kannst und auch schon damals für Gesprächsstoff sorgte. Also toll aufgelegte Stars, sehr tolle, witzige Dialoge, aber auch vor allem die Kameraführung muss man hier unbedingt ansprechen, denn sie ist zwar nicht so butterweich, wie wir das von heutigen Produktionen her kennen, aber sie hat fantastische Bilder aufzuweisen, allen voran, wenn dann mal auf künstliches Licht verzichtet wird und Rossini dann alleine im Kerzenlicht erstrahlt, dann hast du schöne Kamerafahrten, schöne Schärfeverläufe und echt tolle Bildkompositionen und als dann noch Veronika Ferres hier auftritt mit ihrem goldenen Haaren, Hut ab, da bleibt dir echt die Spucke weg. Also Kameraarbeit auch absolut fantastisch und hervorzuheben. Ab dem 5. August gibt es jetzt Rossini dann auf Blu-ray im deutschen Handel, herausgebracht von Konstantin Film. Die Blu-ray bietet unter anderem als Extras noch eine Futurette von 5 Minuten Interviews, 20 Minuten und ein Blick hinter die Kulissen. Also da kann man ruhig auch mal einen Blick drauf werfen und für alle Leute, die mal einen richtig tollen, unterhaltsamen, deutschen Film sehen möchten, bei dem sie garantieren, dass eine oder andere mal lachen werden, denen sei Rossini definitiv empfohlen. Also meine Freunde, wenn ihr Bock drauf habt, dann guckt unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Trailer zum Film, dann habt ihr nochmal ein paar bewegte Bilder und könnt euch so einen besseren Eindruck davon verschaffen, was euch hier bei Rossini aus dem Jahre 1996 Produktionsjahr im Kino war er 97 bei uns in Deutschland erwarten wird. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, auf bald meine Freunde und Servus!